Herzlich Willkommen in meiner Stube. Ich bin Huldrich Zwingli, der Zurscher Reformator. Du hast wahrscheinlich schon von mir gehört. Der ganze Trubel um meine Person ist mir allerdings etwas unangenehm. Warum? Wichtig sind doch vor allem die Folgen von dem, was ich getan und gesagt habe. Vor allem für dich. Deine Welt wurde nämlich von der Reformation mitgeprägt. Ich habe eine kurze Tour vorbereitet, auf der ich dir von drei wichtigen Themen erzählen werde. Wir werden uns dazu durch verschiedene Räume bewegen. Über eine Tür wirst du jemals in den nächsten Raum gelangen. Und es geht schon los. Öffne die Tür und trete in den nächsten Raum.